Derzeit unterstützt der Kreisverband Berlin Zentrum die Berliner Kältehilfe mit bis zu vier Fahrzeugen pro Nacht. Aufgabe unserer ehrenamtlichen Kräfte ist es, obdachlosen Menschen in der Stadt zu helfen. Die von uns besetzten Fahrzeuge werden durch die Lage- und Einsatzzentrale des Landesverbandes Berlin koordiniert. Vor Ort eingetroffen gehen unsere Helferinnen und Helfer auf die Personen zu und bieten ihnen unsere Unterstützung an. Diese besteht aus Kleiderspenden, kleinen Snacks oder auch einem heißen Getränk. Bei Bedarf können wir Menschen ohne Obdach auch in eine der zahlreichen Notunterkünfte transportieren.